In den Pfau helfen. Yoga Vidya Bodywork Mayurasana. Svatmarama, der Autor, der Hatha Yoga Pradipika, lobt den Pfau über alle Maßen. Er will uns alle motivieren, Mayurasana den Pfau auch zu üben. Und wenn du jetzt nicht einen übergroßen Bauch hast oder übergroße Brust, kannst du den Pfau üben. Ja, es gibt den Kissenpfau, wo du den Vogel oder das Boot auf dem Kissen übst. Und das hat Teile der Wirkung des Pfaus. Aber es ist trotzdem schön, den Pfau zu können und auf zwei Händen zu balancieren. Und ich will zeigen, wie man Menschen helfen kann. Und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich nahezu jedem in dem Pfau helfen kann. Außer Menschen, die wirklich einen ziemlich voluminösen Bauch oder Brust haben. Ja, Arjana kann zwar den Pfau auch ohne mich, aber sie wird jetzt so tun, als ob sie ihn nicht kann. Und so helfe ich ihr jetzt hinein. Die Ausgangsposition ist der Fasensitz und vom Fasensitz dann die Knie auseinander geben und dann die Hände auf den Boden. Wenn ein Pfau nicht kann, hält die Hände besser so 10 bis 30 Zentimeter weit auseinander, eben genauso weit auseinander wie die Ellbogen. Dann wird sie den Kopf auf den Boden geben. Und jetzt wird es schon wichtig, dass der, der hilft, über denjenigen geht, der geholfen bekommt, um zu verhindern, dass die Ellbogen seitlich weggehen. Und jetzt wird Arjana die Beine ausstrecken. Und jetzt kannst du mal schauen, wie ich die Beine setze. Ich habe O-Beine und halte die Unterschenkel so, dass Arjana gar nicht die Ellbogen weggeben könnte, selbst wenn sie es wollte. Sie kann also jetzt gar nicht mehr rausfallen. Jetzt kann sie den Kopf heben, dem sie die Füße nach vorne gibt. Und jetzt hebe ich die Oberschenkel hoch. Und jetzt ist sie im Pfau. Übrigens könnte ich sie jetzt auch halten, selbst wenn sie die Hände loslassen würde. Denn ich habe sie jetzt zwischen meinen Beinen und Oberschenkel. Vielleicht nicht ganz, aber doch weitestgehend. Also diese Position, die du hast, die Unterschenkel um die Hüftknochen idealerweise. In ihrer Statik musste ich sie um den Bauch geben, weshalb es nicht ganz so funktioniert. Aber mit den Unterschenkeln die Ellbogen zusammenhalten, mit den Händen die Oberschenkel heben. So kannst du wahrscheinlich 90% der typischen Schüler in einer Yogastellstunde in den Pfau helfen, wenn du nicht gerade Schwangeren- oder Senioren-Yoga unterrichtest. Ja, mehr zum V-Majorasana auf yoga-vidya.de Und natürlich, da sind jetzt keine Anfängerkorrekturen. Wenn ich jetzt gesagt habe, jeden, meine ich jeder, der schon einige Monate Yoga übt. Vielen Dank.